Okay Leute, recht herzlich willkommen zurück bei God of War 2. Wir versuchen immer noch die letzte Moire, die letzte Schwester der Zeit hier zu killen. Achso, jetzt bin ich ja mal im Kreis hier gelaufen, ne? Ja, die bleiben immerhin tot. Jetzt muss ich irgendwie noch das da runterkriegen, ne? Ich weiß aber nicht so recht wie, weil ich ja irgendwie da oben nicht rankomme. Alles andere ist schon mal erledigt. Hm, ja. Jetzt habe ich vielleicht auch... Ah, okay. Äh... Ah, das Ding da ist kaputt. Okay, und hier... Oh, so ein Witz, oder? Ich muss es komplett auf die andere Seite schieben, war. Wobei ich nicht weiß, ob es funktioniert, weil da ja gleich wieder die Hand ist, die mir im Weg steht. Wobei, hier kann man es halt auch schon machen, aber ne, ist ja auch kaputt. Oder einfach... Ach, ich habe keine Ahnung. Ja, hm. Ich mache mir jetzt einen Strich durch die Rechnung, ne? Kann ich mich nicht draufstellen, ne? Gut, dann versuchen wir es mal da drüben. Achso, warte mal. Ich kann natürlich auch... Ich Idiot, ne? Ich kann die auch erst mal... ...temporär hier... ...tot machen. Mundtot machen. Handtot machen. Sollte ja eigentlich reichen, denke ich. Okay, sehr gut. Ich weiß ja nicht genau, was jetzt eigentlich hier passiert mit der Vase gleich. Irgendwas wird schon passieren, ne? Ah, okay. Äh... Äh... Aber wo muss ich denn jetzt hin? Äh... Äh... Da ist halt immer noch so ein Problemchen. Ähm... Ne... Oh Gott, die Kamera. Ich kann an den Dingern hochklettern, aber das bringt mir jetzt nichts viel, weil hier nichts ist in der Form. Wie zum Fick ist das jetzt passiert? Ich nehm's mal hin, ne? Okay, jetzt haben wir nur runterkloppen müssen, Fragezeichen. Ach, keine Ahnung. Egal. Kannst du jetzt bitte... Gratis. Danke. Äh, äh... Ah, direkt hier an der Zitze. Bäh. Bäh. Hi. Was auch immer. Okay, hier kann ich schon mal die Zeit verlangsamen. Finde ich prinzipiell schon mal super. Mach die Zeit langsam, danke schön. Sind beide Hände tot. Glaub ich mal beide auf die Bobs hier ein. Die Bobs. Ups. Na, das ist Waze. Ich weiß nicht, was ich... Was klug ist. Hm... Das scheint so nicht zu funktionieren. Da ist ein Hebel. Da ist noch ein Hebel. Hm... Um... Okay. Okay. Uh... I don't get it. Oh, das ist die Leichen, oder? Hier kann ich auch nichts machen. Der chillt hier jetzt einfach. Okay, der muss mir einfach nur leben, oder was? Äh? Äh? Oder kommt irgendwann vielleicht mal was Gutes mit hoch? Probieren wir einfach mal weiter. Boah, der sieht doch auch eklig aus hier, ey. Was ist passiert? Warum sehen deine Schwestern so geil aus und nur so hässlich? Äh. Was ist da passiert? Was sind die, was ich sonst tun, Ralf? Äh, drehen sie einfach nur noch die... ...Fräder. Äh. Ah, da kann ich an die Decke, sehe ich gerade. Aber den Punkt erreiche ich leider nicht. Aber doch, hier kann ich... Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da wirklich was treffe, gerade. Äh, ja, ne? Doch, da passiert was. Aha. So, gehen wir mal kurz nicht auf die Nerven mal wieder. Äh, ups, hier warst du ja die Rage benutzt. Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht so... Ich verstehe mir noch nicht so ganz, was ich gerade tue. Es war gerade okay gesagt, aber ich weiß es eigentlich nicht. Also, ich habe jetzt eigentlich... Warte mal. Machen wir das nochmal anders. Ich habe jetzt einfach beide verschoben und jetzt hole ich von woanders natürlich Sachen hoch. Also, ich ziehe das eben nochmal zurück, das Ding. Und zwar... Was macht Kratos da? Ja, machen wir es einfach mal so. Das ist ja jetzt ein weiter, glaube ich, oder? Ganz schön nervig immer, die Zeit zu verlangsamen. Ich hoffe, ich bin sicher vor der anderen Hand. Ja, jetzt ziehe es auf jeden Fall noch eine Leiche hoch. Cool. Bringt mir jetzt eher so mäßig viel. Kann ich es vielleicht auch einfach mal ohne. Ja, ich schaffe es ohne. Cool. Aber das scheinbar nicht. Äh. Mach die Zeitlupe! Danke. Mann, 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 Mann. Ja, ne? Wo ist jetzt das Richtige? Ist so die Frage, die sich alle stellen. Ach, scheiße. Ich habe gar nicht... Naja, egal. Ah, okay. Hätte man sich denken können, irgendwie. Ähm. Ha. Ups. Okay, wenn wir das gleich frontal quasi drehen. Das ist schon mal Aufgabe Nummer eins. Aber was machen wir dann? Ah, ich glaube, da kann ich es dann anschubsen, ne? Oh, yeah. Oh, oh. Das wird wehtun. Oh, ja, Mensch. Autsch. Das muss wehtun. Da kommt hier nochmal was Tolles hoch. Mal probieren. Hallo Leiche, wer jetzt erwartet. Einfach nur diese Leichen. Naja. Dch. Bisschen weird, aber okay. Äh. Achso. Ich habe schon irgendwie einen Zweierpunkt gerade gesehen. Da oben. Ah ja, jetzt kommen wir nach oben. Wie viel? Zehntausend. Alter. Okay, dann mache ich jetzt mal den Bogen hier fertig. Ich bin dumm. Ich kann nicht rechnen. Äh, egal. Bin da trotzdem schon mal drin. Ja, ich denke mal, wir werden es nicht schaffen, alles abzugraden, aber es dürfte nicht viel fehlen wahrscheinlich am Ende. Also im New Game Plus werde ich das wahrscheinlich aber direkt am Anfang bekommen. Ja gut, ich brauche euch nicht, aber ich nehme mich jetzt trotzdem mit. Das ist wieder der Zweierpunkt, den ich von oben... Oh ja, Leute, ich glaube, das ist schon tatsächlich so Richtung Finale. Jetzt bin ich aber hyped, Leute. Brrrr. Jetzt geht's ab. Ja, ne? Oh, mal keine Zeit verlieren. Was habe ich da unten jetzt gemacht? Wieder runter? Wie, ich kann die nicht abkürzen. Ich habe nicht richtig hingeguckt. Was ist jetzt gerade... Warte mal. Machen wir einen Big Brain Move. So, nochmal. Was ist gerade passiert? Hey. Okay. Es klappt einfach nur so ein bisschen nach oben. Das habe ich jetzt eher so nicht verstanden. Okay. Okay. Hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm. Ah, okay. Ich telle gerade die Zeit zurück. Das sah ja nicht ganz gut aus gerade schon. Nee, das ist gerade wo eins. Ah, war da Aris? Ich kann das kaum erkennen. Ja, Kronos-Tempel. Okay, also das ist alles hier ein bisschen essig. Da war ich im Hades. Da! Ah, okay, ich verstehe. Jetzt müssen wir schnell sein. Dass ich nicht bin, offensichtlich. Ist die Sandung wirklich so auf 20 Sekunden gerade? Ist die Sandung wirklich alle, wenn die Zeit vorbei ist? Wahrscheinlich schon, ne? Okay, Leute, dann kann ich jetzt auch keine großen Worte mehr verlieren. Wir springen einfach rein. Äh. Äh. Ah! Was? Wie kann das sein? Die Schwestern der Fähne haben dich geholfen. Nicht erwartet. Die Schwestern... ... sind tot. Hm. Ich habe dich unterestimiert. Ich habe dich unterestimiert. Das ist ein Fehler. Ich will nicht wiederholen. Jetzt werde ich dir die wahrheitliche Kraft des Gottes. Oh mein Gott. The Summit of Sacrifice. Und wir haben eine neue Waffe. Ist das die letzte Waffe? Nö. Blade of Olympus. Was? Was wurden wir geklaut? Achso, wir wurden die anderen Waffen geklaut? Ja, wir wurden die anderen Waffen geklaut. Auch schön. Na egal. Hier soll es recht sein. Okay, Leute. Quasi Endboss. Ich glaube nicht End-Endboss, aber Endboss. Es ist halt Zeus. Was erwartet ihr? Oh mein Gott. Okay, was kann ich denn mit der so... Hm. Alter. Okay. Reizt aber auch hier. Da-da-da-da-da-dum-dum-dum. Ich krieg ganz schön Fett aufs Maul, wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin echt tot. Ja, cool. Alright. Was zum Fick ist da passiert? Ja, mit ihm kann ich erstmal noch gar nichts anfangen. Das ist ein Problem, I guess. Die Waffe ist scheiße. Aber es ist halt die Waffe, die ich hier benutzen muss, ne? Ja. Darf ich die finischen? Danke. Oh yeah. Dann nutze ich jetzt mal lieber nicht den. Oh, ist gestorben. Fake, Alter. Was ist das denn? Der, 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 dem, dem, dem. Per voltage pro. Moment. Das tue ich hier. Kann einfach so machen. Mir eben auch, wenn das mal funktioniert. Viel Spaß damit, Zeus. Knack. Dreck nochmal. Ja, die wird es leider nicht schaffen, glaube ich. Doch. Geilo. Dreck nochmal. Knack. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst tun soll gerade. Also ich hoffe, das ist richtig. Mehr kann ich nicht tun, als er hoffen. Ja, und ihr so? Ja, es ist nicht so der spannendste Kampf, möchte ich sagen. Aber so richtig losgehen, tudelt ja auch gleich erst. Au, scheiße, ich hätte jetzt seine Hand benutzen können. Der Kreis ist noch da, ironischerweise. Aber ich glaube, ich kann nichts machen, weil die Hand jetzt weg ist. Ja, okay, ist ein Bug. Jetzt haben wir doch da. So viele Kreise, Hilfe. Jetzt ist vorhin bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt vielleicht echt einen Bug ausgelöst habe, weil irgendwie der Kreis der die ganze Zeit noch ist. Jetzt ist vielleicht gar nichts mehr passiert, in die Richtung. Ja, komm. Ich würde hoffen, dass er vielleicht gleich mal wieder seine Hand einlegt. Also dann ist er doch irgendwie wie Kreisrücken die ganze Zeit und es geht irgendwie. Ne, ja, da passiert ja nichts. Irgendwie. Scheint das ein Bug zu sein, dass es noch da ist. Hm, ja, ne? Jetzt so. Du Arschloch, hat er sich genau dann gerade... Wisst ihr was, Leute? Das machen wir beim nächsten Mal. Ja, vielleicht ist das dann schon eine Finalfolge. Mal gucken. Äh, ich hab Bock. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, ne? Tschö.